Elisabeth Fortwängler, Tochter von Verleger Hubert Burda und Schauspielerin Maria Fortwängler, will als Musikerin ihren eigenen Weg finden. Es ist mein Ziel, dass ich weiter Musik machen werde. Mein Wunsch ist, dass die Menschen es sich anhören, dass es sie anspricht und ich sie berühren kann, sagte die 30-jährige gebürtige Münchnerin der Deutschen Presseagentur. Fortwängler lebt in Berlin und macht unter dem Künstlernamen Care for Rap und Popmusik. Sie hat gerade ihre erste Single Never Ready Go und ein Musikvideo mit der deutschen Skateboard-Olympiadeilnehmerin Lili Stöpasius veröffentlicht, in dem sie Co-Regie führte. Ihre Herkunft beschäftigt Fortwängler auch als Künstlerin. Ihr Vermögen gibt das Forbes Magazin mit rund 1,2 Milliarden Euro an. Servi j interange slipped und ist das gleiche. Ei 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 Ei